kam es nur so vor ich dachte es werden neue löcher entstanden und jetzt wird es richtig dunkel so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, heute ist ein komischer Tag. Okay, heute ist ein komischer Tag. Dann war der Block weg. Ja, aber die erste Ebene haben wir fast abgetragen. Ich wünschte auch immer, ich könnte sagen, von wo aus sie arbeiten sollen. Weil sie fangen immer in irgendeiner Ecke an, meistens. Also ich glaube, dieses Mal ist es die hier unten, weil die am nächsten zu den Lagern war. So, wie sieht es hier aus? Ich glaube, wir können rüberschieben. Sonne, kannst du wieder rauskommen, bitte? Es ist auch schwierig, im Dunkeln was gescheit zu sehen. Und ja, da ist übrigens die Pulsche, wo sieg wird. Also was heißt komische Musik? Ich finde, diese Musik passt überhaupt nicht in dieses Spiel. Das können sie eher in Schleichspiele wie Metal Gear Solid oder Splinter Cell packen. Oder sowas in der Richtung. Oder sowas in der Richtung. Sieht aber soweit gut aus, was wir gefüllt haben. Ach, wie schön. Füllen Sie hier auch noch? Ach, wie schön. Okay. Oh ja, sie bauen wieder interessante Muster. Das sieht aus wie ein Strichmännchen, das einem Basketball in den Basketballkorb wirft. Also super, anschaulich. Strichmännchen, Basketballkorb, Basketball. Tada. So. Stimmt eigentlich, ich könnte solche Markierungen auch bei LUT hier mitsetzen. Tada. Oh, es wird langsam etwas heller wieder. So, vielleicht führt jetzt einer hier das letzte Lüchle auf. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Hm, kommt, füllt da auf, bitte Dann kann ich es nicht, wie ich es eins hochschieben Ich habe mir gerade das Perfekte ein Ich hoffe, man erkennt das Also, nein, scheinbar wird da niemand füllen Die Sonne ist zwar auch noch nicht in Sicht Wie sieht es mit dem Co-Rabbon aus? Der ist da drüben Die hatten hier gerade so ein Muster Was mich ein bisschen an das, was ich gerade hier selber gezeichnet habe, erinnert hat Auch einfacher wäre es natürlich mit denen hier Ja, ich denke mal Meine Zeichnungen sind sehr verdächtig So, jetzt muss ich mit dem Beiden wieder So, und es wird hell Ja, die Sonne geht auf Ey, das wollte ich Nee, habe ich hier 7 Mögel gebraucht, dass du den auffüllst? Ich Seltsame Figuren in den Steinen der Erde. Ja, er kommt. Immer noch nicht gefüllt. Hier drüben sieht alles in Ordnung aus. Bisschen Black mal wieder. Ja komm, füllt mal das eine Löcher da. Du da, ja, du da, du da, du da. Ach komm. Ist das einfach wirklich schon belegt? Gut. Gerade, dass es wirklich kein Befehl gibt, explizit ein kleines Loch zu füllen. Also es gibt ein Abbau-Befehl, aber kein, also ein Abbau-Shortcut. Also Projekt von Anwählen und Shift-Rechts-Klick auf den Block. Aber kein Föhn. Ja, move to, turn towards, drop load, move to tag. Cleanup. Das mit dem Cleanup könnte ich mal probieren. Guck mal, die haben hier eine zweite Treppe noch, die sie nutzen können. Nein, will er nicht füllen. Nein, will er nicht füllen. Dabei hoffe ich, dass bald mal jemand kommt und diesen einen Block füllt. Das hier sieht jetzt irgendwie aus wie ein Alien-Kopf. Also das hier, da allgemein wie ein Kopf. Shit-Kröten-Kopf könnte das auch sein. Nichts, aber leider, ein kleines wie ein Kopf. Das hier. Alles, was du okay, jetzt weiß ich. Das hier, weil du dichcilkern hast. Das hier ist eine kleine Betriebskörnern. Das hier für dieses Buchstaben. Und du kannst nicht aus Romagen. Dimmst destroys, weil du dich nicht, einfach mal damit zu schützen. Aber das hier ist eine kleine Betriebskörnern. Alles, was du okay, jetzt darfst du. Und du bist, also wirst du es schnellst. Und du bist mal dabei? Ah, shit, Quater. So. Und immer noch keiner hat das Loch gefüllt. Die filmen bald noch das hier zuerst. Das wäre zwar praktisch, auch nicht schlecht, aber wird doch bitte erstmal das andere Loch. Schön, dass das doch klappt, irgendwie. Nö, will einfach nicht. Hm. 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 Das Loch ist immer noch da. Komm, hey. Nein, nicht darüber. Hm. Das Loch ist aber auch noch im Einzugsgebiet. Dann verschieben wir das Ganze mal wieder. Vielleicht reagieren sie da drauf. Und? Ist es nicht wirklich. Das Loch ist nicht. Ich habe mein Herz. Untertitelung des ZDF, 2020